Du bist ja eigentlich in dem Fall, hast dich geopfert, das Auto reinzufahren, ne? Nicht nur das, das ist nicht am Programmpunkt gestanden, Jochen, wir haben sie auch noch audiotechnisch ausgetobt an dem Auto. Habt ihr noch was gemacht? Ja, aber jetzt erklär mal du. Okay, dann erklär ich, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, das war aber jetzt kurzfristige Geschichte, oder? Das haben wir relativ spontan gemacht, ja. Unsere Plug-and-Play-Systeme sind in anderthalb Stunden drinnen, also. Okay, dann habt ihr mal hier kurz noch was aufgetunet. Jetzt bin ich aber selber ein bisschen ganz erstaunt. Ihr habt es jetzt schnell, okay? Ja, jetzt erzähl du. Golf 7 TCR hatten wir heute schon mal einen von der Firma Cardiologie, von Mrs. TCR, der könnt ihr gerne folgen. Gibt es viele coole Bilder von dem Fahrzeug. Und was haben wir hier verändert? Also es wurde hier ein STX-Gewindefahrwerk eingebaut. Hier ein Dankeschön an die Firma ST Suspension, wo wir hier für das Projektfahrzeug, ich sage mal, ein Special Deal miteinander gemacht haben. Wir haben hier einen Bodykit, bestehend aus Frontspoiler, Seitenschweller, Heckdiffuser an dem Fahrzeug verbaut. Auspuffanlage ist bei diesem TCR-S Serie. Bei den Felgen haben wir die Barracuda Dragon Ultralight in 8,5 x 19 an beiden Achsen mit einem Undercut-Trimline in Rot. Also praktisch, im Undercut haben wir hier einen roten Trimliner befestigt, beziehungsweise verklebt. Ihr könnt den Undercut in jeder x-beliebigen Farbe bei uns erhalten. Wir haben Standardfarben, ist rot, RAL 3000, 1023, der Gelbton und 9003 ist der Weißton. Ihr könnt aber jeden x-beliebigen RAL-Ton, sagen wir mal, bei uns ordern. Ist halt nicht im Standardprogramm enthalten. Eine E-Mail schreiben oder kurz anrufen. Pink, lila, grün, alles ist möglich. Bei der Bereifung haben wir die Serienbereifung übernommen. Ja, das war es von der Seite zum Umbau zu diesem TCR. Meiner Meinung nach cool, genial. Und jetzt haben wir ja gehört, die Gladenjungs haben heute Mittag noch Hand angelegt, wenn sie schon das Fahrzeug reinfahren müssen, dass der Sound ja auch nicht unbedingt an der Serie ist. Und da lassen wir einfach mal die Jungs kurz darüber was erzählen. Ja, im Prinzip haben wir unser kleinstes Soundpaket für die VAG-Gruppe hier eingebaut. Das beinhaltet einen kleinen Verstärker und eine Subwooferlösung. Über den originalen Verstärker bzw. über den nachgerüsteten Verstärker werden dann alle Lautsprecher angefahren. Mit einem DSP wird das auf die Fahrzeugraumakustik angeglichen. Und wir haben ein ganz besonderes Highlight noch im Kofferraum, also eine Weltneuheit. Okay. Und die wollen wir jetzt auch nicht vorenthalten. Wir wollen dir nämlich zum 30-jährigen Jubiläum deiner Firma gratulieren. Ihr seid so genial. Vielen herzlichen Dank. Und da hat mir jemand zugehört. Franziska und Paulana. Ey, ihr seid so süß. Ja, wir versuchen auf unsere Kundenwünsche einzugehen. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Warte, warte, ich muss euch umarmen. Ich muss das abstellen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, voll schön. Danke, danke, danke. Danke. Jetzt müssen wir mal lernen. Voll schön. Also, ja. Danke, ey. Genau nicht so, wie gesagt. Ich wusste, dass wir jetzt auch, dass der Jörg entsprochen muss. Aber geil. Super Idee. Das finde ich gut. Ey, wird mich auch. Ey, voll genial. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke, dass wir schon so viele Events miteinander gemacht haben. Und so viele Projekte. Immer so schön, euch mit dabei zu haben. Also, echt sensationell. Also, danke schön, danke schön für die Zusammenarbeit. Also, und auch hier vielen, vielen herzlichen Dank. Also, freut mich total. Super. Genial. Okay. Wow. Ja, mir fällt nichts an. Jetzt hast du es geschafft. Ja, jetzt hast du es geschafft. Ich lade es nicht mehr ein. Nein, nein. Nein, nein. Wow, super. Aus produktwerbetechnischen Gründen können wir uns nicht auf die einzelnen Produkte in diesem Gehörfresskorb eingehen. Super. Voll geil. Vielen Dank, Jungs. Ciao, ciao. Super. Ja, 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 ja.